Musik Seit 2016 bietet das Veranstaltungsformat Offenes Werkstor Hall in Tirol Besucherinnen und Besuchern Einblicke in spannende Betriebe der Region. Zwölf Betriebe haben bei diesem österreichweit einzigartigen Veranstaltungsformat teilgenommen und ihre Tore geöffnet. Musik Es ist uns wichtig, dass wir den Menschen der Region zeigen können, wie wir produzieren, welche hohen Standards wir an unsere Prozesse haben und welche Technologien wir im Einsatz haben, um damit die Qualität zu erzeugen, die unsere Produkte, nämlich die Rohre und Pfähle, so langlebig machen. Unter den zwölf teilnehmenden Betrieben sind auch die Tiroler Rohre GmbH und die Firma Rechheiß. Musik Zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden sehenswerte Herstellungsprozesse und interessante Hintergrundinformationen geboten. Musik